Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN-Unterhaltung. Johnny Depp und Ambers Prozess, Fenn erscheint als Kackhaufen. Das kam unerwartet. Der Prozess zwischen Amber Heard, 36, und Johnny Depp, 58, neigt sich so langsam dem Ende. Der Fluch der Karibik-Darsteller verklagt seine Ex-Frau wegen Verleumdung, da sie einen Meinungsartikel über häusliche Gewalt veröffentlicht hat und damit mutmaßlich seine Karriere ruiniert haben soll. Aber nicht nur im Gerichtssaal kommt es immer wieder zu sonderbaren Vorfällen, auch vor dem Gebäude ist die ein oder andere Wunderlichkeit anzutreffen. Angenette Lavey ist als Law- und Krimi-Network-Reporterin vor Ort und teilt auf ihrem Twitter-Account Eindrücke von der Verhandlung. Dort lud sie nun ein Bild eines Prozessfans hoch, der sich für ein sehr außergewöhnliches Outfit entschieden hat, die Blondine erschien verkleidet als Kackhaufen vor dem Gerichtsgebäude. Sie trug einen braunen Tüllrock und ein Crab-Tab in der gleichen Farbe. Ihren Kopf zirrte ein Hut, der ebenfalls ein Häufchen darstellte. Angenette schrieb dazu, das ist Priscilla.